heiligte und willkommen zurück zu Let's Play Zeller Majors Maske ja wir hier mit dem Hund haben die Bruner bekommen und endlich mal ein bisschen hier so machen wir gerade haben so ein Corona-Rennen gewonnen das heißt wir sind gerade sehr gut andere wir müssen warten bis es nacht ist um diese Maske zu bekommen was könnte ich wo jetzt noch machen können wir nicht, wir haben kein Schwert könnt ihr mal beginnen mit dem nächsten also weitermachen ach genau, zeigen wir mal diesen hier diesen Vogel hier bist du dort bist du es gibt noch eine Maske die ich holen muss für diese Maske brauche ich wo wo ein Trank ein Trank treffer wow, war das knapp und lag ja was soll ich noch was noch was sagen ja ich sollte mal ein bisschen deutlicher sprechen wollt ihr noch Und jetzt noch ein kleiner Input, wie man das nennt. Ihr kennt bestimmt dieses Spiel oder Queen of Time, was auch so toll ist. Und ja, früher. Ich finde die Spiele früher waren viel besser als die heute. Heute ist alles nur Grafikschrott. Allerdings wird auf die beste Grafik vergessen vor allem fast, wie man das Spiel fühlen muss, wenn man spielt. Das ist für mich wichtig bei einem Spiel. Die Grafik ist mir egal, ich spiele auch immer noch so. Okay. Ich kann gerade nichts gegen den machen. Da kommt noch einen blauen Trank. Was davon wie ich denn hole? Du sperrst immer noch nicht! Komm schon, Bumble. Sehr gut. Ja, es ist bald Abend. Alles gut. Aber wie halte ich eigentlich meinen Kontrollen oder was so? Jetzt er ist tot. Ihr seht mal, was er uns hinterlässt. Diesen riesen Rubin! Der ist glaube ich 200 Rubinen wert. Und bäh! Naja, macht uns den rein, wird auch genau voll. Ach komm, ich höre jetzt wieder den. Epona ist blöd. Nichts gegen die Epona! Boah, boah, boah! Ja! Dann gleich hoch. Ab muss ich hier drin sein. Wo bin ich hier? Ach, schon fast genau richtig. Hier rein muss ich hier. Oder... Hier hin. Öh! Grafik-Fail! Seht ihr ihn? Wo bist du denn her gekommen? Ja, alles. Du bist rausgeschmissen worden, weil du zu laut warst. Ja, das ist eine coole Maske, die ich brauche. Äh... So. Diese Maske ist eigentlich nur für eine andere Maske zu holen. Nichts gut. Und zum coolen Musik machen. Die Ukraine of Time kennen, kennt dieses Lied. Obwohl, hier kommt es später auch noch. Merk gerade. Oh, wie viel Zeit? 5 Minuten, okay, geht ihr noch? Ach. Meine Maus hat die ganze Zeit ausgehängt. Das ist echt übertrieben. Was mache ich? Was mache ich? So, und seht ihr, wo wir sie wieder hier? Das hat man kann. Hier eine unendliche Geldquelle. Wir müssen auch hier durch. Und habt ihr gewusst, dass bei jeder Eulenstatue irgendwo eine Vieh versteckt ist? Ja, das habe ich auch schon mal erfahren. Es gibt auch andere Hintergrundgeschichte. Und... Ja, ich bin nicht so der, ich bin der, der gerne spielt. Und gute Spiele spielt. Und nicht der, der sich gerade übertrieben oder überinformiert hat. So, was ist was? Das hier ist das Hunde-Rennen. Das hier ist dieser Hühnerstall. So, unser Arbeit ist jetzt... Er ist traurig, dass er hier, weil er nicht gekriegt hat. Nicht... Er ist großartig. Da helfen wir ihm doch. Wir helfen doch gerne weiter. Ja, wir sind ganz nett und diese Wand sieht aus wie ein Gesinn. Ja, wir laufen einfacher entlang. Und wir haben nichts besseres zu tun. Wir machen kleine Küken ganz gross. Ja, wir sind ganz famos. Ja, wir sind die Besten. Oh! Das habe ich irgendwie schon erwartet. Ja, das ist gut. Ja... Wie fand ich meine Sound-Einlage? War doch echt gut. Äh, wie irgendwas. Na, ich möchte diese Maske bekommen da. Wenn ich diese Maske habe, bin ich happy. Ich hätte auch eine andere Maske holen können. Ja, ist gut, ist gut... mir egal Dämmerung des zweiten Tages! Wir bleiben nach 48 Stunden! Ja, hier sind wir wieder! Mit 16 Frames per second und ist er schon offen So, aber jetzt schaff ich das! Wir laufen wieder hier entlang Nachdem er uns rausgeschmissen hat Ich find das ganz gemein, ja er ist gemein Und jetzt geh ich und kauf mir ein Bein Wir laufen hier entlang und weiss nichts was zu tun ist Aber ich sing ein bisschen falsch, das passt nicht zum Lied Ja, ich bin ein schlechter Singer Ich hoffe, ich lauf einfach Und mach ein bisschen Spass Kuss ich keinen Reim Ja, und diese Wände sehen immer noch gleich aus Diese hier sieht traurig aus, weil es wahrscheinlich regnet Ja, wir haben auch den Regen nicht gern Dabei macht er uns doch noch sauter Ja, ich hab mir dann gleich alles Und jetzt hoffen wir, dass alle hier sind Und sie werden plötzlich hier einfach gut Und der Blitz war einfach nur famos Mir ist mal passiert, dass ich aussersehen habe Beelot gelassen Da müssen alle wieder suchen Das wäre echt mühsam Ja, und jetzt ist er so ganz happy Wenn alle gross sind Und jetzt bekommen wir endlich diese Maske Oh nooo Ja, ich habe ihm geholfen, ich weiss Weshalb ich diese Maske um den wollte Wollt ihr wissen Ja, ja, ein paar Wissen vielleicht schon Zieht euch das an, wie schnell ich renne So, nochmal Jetzt mit dieser Maske Wir sind einfach schneller Und besser Und schlauer Und klüger Ja Äh, wo will ich jetzt hin? Ja, ich weiss wo ich hingehe Ähm Ja, mit einem Controller Bei dem Nintendo 64 kann man so sagen Bei dem Nintendo 64 war der C-Knopf ja so Ähm, ja Waren C-Knopf ja so Knöpfe die man drücken konnte Bei mir ist das nicht ganz so Bei mir ist das nicht ganz so Bei dem Playstation 3 wäre das das R3 Das ist ein rechter Analog-Stick Ja, und das macht am Anfang auch echt Mühe Mit dem richtigen Drittel Und hier die Pflanze des Verderberns Und wir haben keine Waffe Brauchen wir eine? Ich kann das hier was ich extrem blöd finde Wo wolle eigentlich finde ich Das wäre toll Ich kann mich einfach durchholen Das Wasser ist nicht tief genug Aber sein Blatt Ja, klar Wach Ist wach Ich krase mit extremer Geschwindigkeit Ähm Was war am zweiten Tag? Ich weiß es nicht mehr Oh oh Ungutes Gewissen Oh oh Wieso sind sie nicht hier oben? Wir brauchen ein blaues Elixir Oh oh Ja und ein blaues Elixir Das wird kommen eigentlich Wenn ich hier eine Trüffel suche Oh mein Gott in welchem Weg ich bin Ach dieses Lied Es wächst so hoch Ich habe auch nicht diese Maske hier Ich glaube wir sind am Anfang hier So Und im Verlob So wie jetzt Hier Trüffel So Trüffel brauchen wir eine Flasche Ähm So haben wir Trüffel Oder sind es Trüffel? Ich glaube Trüffel oder? Ah magischer Pilz Ja ich bin gewöhnt als Schweine Trüffel suchen Und ich keine magischen Pilze Äh so Äh Jetzt wieder ein bisschen Schnell 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 Ja ich musste sowieso rausgehen Das sag jetzt nicht dass sie nicht hier ist Mann hab ich einen scheiss Controller Egal wenn ich ein bisschen zu weit bewege Ränder gerade Ist echt nicht genau Weiss jemand von euch wie man das beheben kann? Als ja dann Willem Dank Bin im Wald Oh mein Gott wie blöd er ist im Wald Achso das ist er Na ja jetzt ist der zweite Tag Was heißt das? Ja ihr wisst vermutlich was es heisst Ähm Bergsiedlung Ja wieso geh ich zur Berg? Also wenn es niemand von euch verweist dann seid ihr ein bisschen blödi Aber egal Ja ich bin einfach glücklich Ja ich bin einfach glücklich Ich kann riesen reden Mir fällt immer wieder ein Thema Mir fällt immer wieder ein Thema Mir aufgefallen ist dass ich sehr viele Geräte vorführe Sonst so Also im Vergleich zu Luxe Legling Ja obwohl im Vergleich zu anderen rede ich recht oft Aber egal Ja hier Ja wir haben ein neues Schwimmert Ja Achso er braucht Goldstau damit Mama kann bleib machen dass es bleibt Ja was haben wir denn Äh 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 Oh mein Gott Äh Äh Goldstau brauchst du? Ja ich hab hier Goldstau Ja Goldstau Ja cool Mann Nee Goldstau Danke für das auch kommst du wieder Und jetzt auch ab du Ja ich hab sie immer so gestellt dass sie so sagt So Hau ab Ja Reck Fisch Fisch Oh ein Fisch Ja eigentlich gibt es ein Fisch Konzert aber das können wir eigentlich auch machen Und es gibt ein Bienen Es gibt ein Bienen Es gibt ein Bienen Ach Bienen werden später noch ein bisschen verliehen Hier kommt ein Fuggen 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 Ach ich töte mal wohl am meisten Am besten Ein Fuggen Von Tieren Hier 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 vielleicht also muss ich... Oh, der Mond ist im Sinn Ich habe keine Ahnung wie man das hin soll, aber ja Oh, ich habe das Fische drin Hm, was soll ich jetzt machen? Ich weiss nicht Ich weiss, was ich muss machen Wir können es raten, erahnen Ja, ich beende den Part Also Leute, bis zum nächsten Mal Ciao